Festliche erster Hilfe, genau sowas habe ich mir gedacht. Die bauen wir jetzt mal hier hin. Und ja, ich verwende auch hier jetzt ein Fertiggebäude, weil... Ich mir dachte, dass es besser aussehen wird, wenn ich ehrlich bin. Was machen wir hier? Och Gott, die sind so süß, diese Häuschen. Gut, aber ich kann mir hier gerade nicht mehr leisten. Wir wollen jetzt erst noch die Szenerie ein wenig gestalten. Also mein Problem ist jetzt, ich weiß momentan gar nicht Gebäude. Was hätten wir denn winterlich angehauchte Gebäude? Oh mein Gott, wie cool. Wir können hier so ein kleines Lebkuchen... Ich liebe es. Ich liebe es absolut. Oh, wie ist denn hier eine Tür? Da ist die Tür. Wir machen hier so eine kleine Lebkuchenstadt außenrum. Und dann bauen wir am Ende alles mit Schnee zu. Sobald wir das Geld haben, also... Oh Gott, wie süß. Süßes... Oh mein Gott, die sind so cute. Sind das Marshmallows, die aus dem Kamin raus... Oh mein... Oh mein Gott, wie cool. Wartet mal. So. Wie süß das einfach aussieht. Wo geht's da rein in das Haus? Was? Also habe ich viel, viel, viel Geld ausgegeben. Aber wir haben... Einen... Ein... Ähm... So. Leute, Leute, wir haben eine neue Attraktion! Ich hoffe, da kommen jetzt Leute, wie viel teuer ist denn das? 7 Euro. Äh, 7 Dollar. Yay. Wir haben gerade ein bisschen Geld bekommen. Wie viel fehlt hier noch? Okay, passt. So, jetzt machen wir hier noch ein paar grundsätzliche Einstellungen. Und zwar, weil es ein neues kostet, das jetzt 10. Ich bin sicher, ihr werdet alle davon begeistert. Ich weiß, was ich vergessen habe. Okay, wir machen es nochmal zu. Stoppen alles. Äh, wo ist denn das? Erstmal, äh, voll besetzt. Premium Pass aktivieren. Wir platzieren den Eingang. Wir platzieren den Ausgang. Und wir verbinden das Ganze. Und wir verbinden das Ganze mit, 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 mit diesem Holz. Oh, einmal zurück. Jetzt habe ich sogar 100%. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, aber... Hi. So sieht eine schöne Warteschlange aus. Findet ihr nicht auch? So, aber ich werde jetzt in ein paar Minuten Schluss machen. Denn... 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 Warum denn auch nicht? Kann ich mal irgendjemanden... Kann ich da mal mitfahren? Oh ja, hier. Oh, ich will da mitfahren. Sitz, Filmkamera, Augenmerk. Wir fahren jetzt zum Abschluss einfach einmal damit. Wenn es irgendwann losgeht. Okay. Es dauert und dauert und dauert und dauert. Ich glaube, ich habe eine ziemlich lange Wartezeit eingestellt. Sagt mir irgendwie so mein Gefühl. Wie lange habe ich eingestellt? 110 Sekunden. Also wenn wir es aufmachen, dann kommen vielleicht auch Gäste. Meint ihr nicht auch? Eventuell. Bitte? Ja. So. Sollte es gleich losgehen. Wohl. Ich habe mal gesagt, voll besetzt. Das heißt, es dauert. Stopp. Ich will mit rein. Oh, ich finde das toll. Wartet. Ich meine, man hat eine coole Übersicht über den Park. Wir sind immer noch nicht oben, oder sind wir jetzt oben? Das war's? Okay. Ich dachte, es war spektakulärer. Na gut. Wir werden uns dennoch von diesem Spiel wieder für diesen Moment trennen. Ich würde jetzt mal schätzen, ich habe wieder so um die fünf bis sechs Folgen, je nachdem, wie es sich ergibt. Tut mir leid, ich musste gerade gehen. Ich schätze mal, es sind so ungefähr... Ich schätze mal, es sind so ungefähr... Ich schätze mal, es sind so ungefähr fünf bis sechs Folgen wieder. Ähm... Irgendjemand mit niedriger Arbeitslast? Vielleicht habt ihr das schon getan. Ähm... In die Kommentare schreiben, was wir als nächstes machen sollen, weil... Oder was ihr euch wünschen würdet, dass wir eventuell noch machen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt doch dazu, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich will das eigentlich nicht machen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Sachen doch verwenden werde, zumindest teilweise, weil... Also, das war eine sehr spontane Entscheidung, aber der Park geht noch bis hier. Hier. Das heißt, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Und... Ja, ich werde jetzt ein bisschen weiter, ein bisschen größer bauen, aber ich denke, wir wollen auch mal vorankommen. Von daher ist das, glaube ich, nicht das Schlechteste. Joa. Und dann... Werden verschiedene Dinge noch passieren. Wo ich nicht weiß, was passieren wird, aber... Irgendwas wird bestimmt passieren. Ich wünsche euch jetzt noch... Welcher Tag auch immer ist, einen wunderschönen Abend und... Ach so, ich muss mir fast Sicherheitsleute einstellen. So, ähm... Das kann ich das nächste Mal nicht mehr vergessen. Nein, wie gesagt, wir sehen uns entsprechend Dienstag oder Freitag, je nachdem. Oder wahlweise auch Mittwoch bei Sims. Äh... Es sei denn, ich habe da nochmal was verändert. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil gerade der erste Januar für mich noch ist. Und ihr das vermutlich erst am... In so drei Wochen seht. Oder in zwei Wochen. Ich glaube, in zwei Wochen seht ihr das. Auf jeden Fall sage ich dann bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, schreibt einfach alles in die Kommentare, was ihr haben wollt. Gebt gerne auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt. Und... Ja... Ansonsten... Macht es gut. Bis dann. Ciao. Awesome. Ciao. Abonnete rein. Auf bunsrowі Cambridge. Ciao. Vielen Dank.